Big Data. Die meisten von euch haben wahrscheinlich davon schon mal gehört. Big Data bedeutet einfach Daten sammeln und zwar wirklich in ganz großem Stil. Es gab eine Zeit, da haben wirklich alle Firmen gesammelt, was auch immer sie irgendwie konnten, denn könnte ja sein, dass man es irgendwann mal noch brauchen kann. Ein kleines Beispiel. Wir haben, wenn wir einfach nur das Kaufverhalten, also einfach nur die Kaufdaten in Echtzeit speichern wollen von Amazon und Ebay, ungefähr 100 Petabyte an Daten. Das sind 100.000 Terabyte, beziehungsweise 100 Millionen Gigabyte an Daten. Das ist wahnsinnig viel und kostet natürlich auch einiges an Speicherplatz, denn die haben immer noch dieselben Festplatten zur Verfügung wie wir. Das heißt, viel Speicherplatz, viele Kosten. Aber bringen diese Daten auch wirklich immer was? Bringt es etwas zu speichern, ob ein Benutzer jetzt zum Beispiel rote Haare hat, wenn er sich einen Mercedes kauft oder so was? Schlechtes Beispiel. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Manche Sachen haben einfach keinen Zusammenhang und müssen rausgeschmissen werden, um eben Platz zu sparen. Manche Merkmale sind vielleicht nicht ganz so wichtig. Und deswegen, also ich meine sowas wie zum Beispiel Alter einer Person, die etwas kauft, um Nutzerverhalten zu analysieren. Das ist klar, das bringt schon irgendwo was. Aber wo ist eigentlich die Grenze? Was bringt was? Was bringt nichts? Und hier kommen wir zu Smart Data. Und Smart Data bezeichnet gute Datensätze. Das heißt, nicht einfach nur sammeln, ohne irgendwie nachzudenken, sondern auch wirklich überlegen. Macht es Sinn, ein Datum zu sammeln oder macht es keinen Sinn? Macht dieser Datensatz an sich Sinn oder ist das Quatsch? Und hier stellt man sich natürlich automatisch die Frage, was bedeutet eigentlich gut? Was ist ein guter Datensatz? Was macht der, was macht den aus? Und hier hat man sich sechs Vs, beziehungsweise eigentlich sogar nur fünf Vs definiert, die das Ganze so ein bisschen in Reihe und Glied bringen sollen, um den Datensatz zu definieren. Und zwar, wir fangen an mit dem ersten quasi Bonus V. Das ist nämlich das Volume, das bezeichnet den Datensatz an sich. Daher kommt das sechste V. Aber eigentlich ist das kein Wert, an dem man einen Datensatz festmacht. Sondern wir fangen an mit dem ersten wichtigen Punkt, nämlich Variety. Die, zu Deutsch auch übrigens ein V, die Vielfalt. Ist ein Datensatz wirklich vielfältig? Beziehungsweise, noch genauer gesagt, repräsentiert der die originalen echten Daten? Ist der quasi in der echten Welt anzufinden? Das ist eine Frage, die man sich stellen muss, um zu bewerten, wie gut eigentlich ein Datensatz ist. Und das heißt, ja, wie gut spiegelt ein Datensatz die Realität wieder? Denn, wenn wir einen schlechten Datensatz haben, also einen nicht Variety-gemäßen Datensatz, dann haben wir einen Datensatz, der nur in genau diesem Szenario funktioniert. Und ansonsten eben nirgends. Das bedeutet, wir können diesen Datensatz nicht in die echte Welt nehmen. Ein kleines Beispiel. Nehmen wir mal einfach die Automobilindustrie. Die arbeiten schon so lange an selbstfahrenden Autos. Und das ist eigentlich ein wirklich schönes Beispiel. Man kann Daten erzeugen, die in einer künstlichen Umgebung gemacht wurden. Das heißt, ich kann mir Daten schaffen, zum Beispiel von kleinen Teststrecken, von zum Beispiel Verkehrsübungsplätzen. Kann ich natürlich einfach rumfahren in so einem kleinen gebauten Szenario und dort habe ich vielleicht einige Schilder und so weiter und so fort. Aber diese Daten spiegeln nur einen Teil der Realität wieder. Im echten Leben wird es noch andere Gefahrenquellen geben, die da nicht bedacht wurden. Das bedeutet so etwas wie eine Oma, die einfach über die Straße läuft, ohne zu gucken. Zum Beispiel ein weißer LKW, der tatsächlich schon mit einem selbstfahrenden Auto zum Unfall geführt hat, weil er eben weiß und nicht erkannt wurde. Und solche Daten habe ich in meinem Verkehrsübungsplatz nicht. Ich kann eben nur einen gewissen Datensatz erreichen, der eben einfach nicht vollständig ist. Und auch nur, wenn ich einen vollständigen Datensatz habe, kann ich wirklich sagen, das Auto kann wirklich selbst fahren. Das ist ein Riesenproblem, denn woher kriege ich die Daten, ohne jetzt tatsächlich irgendwie das Auto wirklich schon fertig zu haben? Das ist gar nicht so einfach. Deswegen hat man natürlich angefangen, Kameras einzubauen in Autos und alles zu filmen und dann eben Datensätze zu bauen, um die Autos eben selbst fahrender zu machen. So kann man natürlich auch Variety erzeugen. Ob die Kunden das so geil finden, ist eine andere Frage. Aber das erste V ist quasi die Vielfalt eurer Daten. Wie genau spiegelt das die Realität wieder? So, das zweite V ist die Velocity. Und hier geht es schon in die Optimierungsrichtung. Denn ein Datensatz kann natürlich auch optimiert werden. Und das bedeutet im Endeffekt, wie gut lässt sich dieser Datensatz auf meinen Servern verarbeiten? Ist der irgendwie effizient gespeichert? Ist die Datenbank performant genug? Ist die Datenstruktur vielleicht performant genug? Das ist das, was Data Engineers, was ich ja auch schon im Video vorgestellt habe, wirklich komplett die ganze Zeit machen. Die versuchen rauszufinden, wie kann man den Datensatz noch so optimieren, um auch noch das letzte Krümel an Effizienz rauszuholen. Zum Beispiel kann man ihn in die Cloud verfrachten, kann dort skalierbare Server nehmen und so weiter und so fort. All diese Dinge kann man natürlich machen. Warum ist das wichtig? Wenn wir irgendwie 100 Petabyte an Daten haben, dann dauert eine Aufgabe auf meinen Daten, irgendwas zu berechnen. Schon vielleicht mehrere Tage. Und je nachdem, was ich für einen Datensatz habe, beziehungsweise wie groß die Aufgabe ist, dauert das vielleicht mehrere Wochen, mehrere Monate. Es gibt durchaus KIs, die einfach durchlaufen. Einfach permanent nur gegen sich selbst irgendwie spielen, zum Beispiel wie eine Schach-KI. Die Schach-KI, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, verdammt, spielt die ganze Zeit gegen sich selber, um zu lernen, wie sie besser spielen kann. Und je stärker der Server sozusagen ist, beziehungsweise je mehr Leistung der hat, desto besser und desto schneller besser wird diese KI auch einfach. Die lernt quasi mit Strom, um besser zu werden. Die ganze Zeit. Aber das ist natürlich ein Ausnahmefall. Die meisten KIs sind irgendwann mal fertig. Die meisten Datenaufgaben sind irgendwann fertig. Trotzdem, je effizienter der Datensatz ist, desto günstiger wird es im Endeffekt für die Firma. Denn solche Cloud-Rechenkapazitäten sind wahnsinnig teuer. Zumindest teilweise. Und dementsprechend möchte man natürlich von mehreren Wochen vielleicht auf mehrere Tage Rechenzeit runter. Das wäre schon wünschenswert. Okay, der nächste Punkt, den kennt ihr auch. Das wäre die Veracity, also die Richtigkeit. Die Wahrheit der Daten. Vera, Wahrheit. Und da müssen wir uns vielleicht mal das Beispiel Google Capture angucken. Google Capture ist tatsächlich ein Paradebeispiel, wenn es um KI-Datensammlung geht. Also das heißt, die KI von Google, die Bilderkennungs-KI, die wird ja auf irgendwelchen Daten trainiert. So, woher kommen diese Daten? Was glaubt ihr? Ich habe es eigentlich schon quasi gespoilert, nämlich von Google Capture. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr ein Capture ausführt, wenn ihr sagt, ich bin hier wirklich kein Roboter, ich bin ein Mensch, und ihr klickt da drauf, dann liefert ihr der KI von Google neue Möglichkeiten, um zu sehen, ob da jetzt tatsächlich eine Ampel auf dem Bild ist oder ob da keine drauf ist. Okay. Problem ist, Veracity. Wie wahrheitsgetreu sind eigentlich die Angaben? Ich weiß nicht, wie oft ihr schon versagt habt beim Ausfüllen eines Captures. Bei mir ist es ungefähr 50% der Zeit, weil, ja, ist halt einfach so. Und das muss so eine KI natürlich bedenken. Das heißt, die Daten, die da reinkommen in diese KI von Google Capture, von diesem Capture-System von Google, die müssen irgendwie überprüft werden. Und da sind auch falsche Daten drin. Und wenn ich falsche Daten auch noch speichern muss, vielleicht Millionen an Bildern mit falschem Label irgendwie speichern muss, das ist nicht so geil. Dann haben wir eigentlich ein Problem, denn man möchte eigentlich einen Datensatz haben, der wirklich der Realität entspricht und möglichst echt ist. Das heißt, die Daten sollen natürlich auch richtig sein. Und wenn die das nicht sind, dann muss ich quasi falsche Informationen speichern. Das heißt, ich muss Geld ausgeben für was, was meine KI am Ende schlechter macht. Also, Veracity. Wie richtig sind die Daten in eurem Datensatz? Klar, je mehr Daten ich habe, desto mehr muss ich natürlich auch falsche Daten akzeptieren, weil ich irgendwie das Ganze automatisiert bekommen muss. Aber wenn ich einen Datensatz komplett von Hand zusammenstelle, dann ist im besten Fall alles richtig, was da drin ist. Und es ist natürlich auch viel manuelle Arbeit, dann so einen Datensatz zu bekommen. So, und jetzt vor kurzem sind tatsächlich noch zwei weitere Vs hinzugekommen. Und zwar einmal die Viability und der Value in einem Datensatz. Viability. Das heißt, ja, Sinnhaftigkeit. Wie sinnhaft ist ein gewisses Datum? Und das ist das, was ich eingangs schon erwähnt hatte. Wie sinnvoll ist es, das Alter zum Beispiel bei einem Kauf zu speichern? Aus Marketingperspektive wahnsinnig sinnvoll. Weil man da eben einfach sagen kann, ja, eine Person im 40ern oder sowas kauft eher Produkt A und eine Person in den 20ern kauft eher Produkt B. Das mag einfach ein wichtiges Datum sein. Aber, wie gesagt, die Haarfarbe ist vielleicht nicht ganz so relevant hierbei. Wobei man da auch schon wieder sich streiten kann. Wichtig ist allerdings zu sagen, ist es eine Korrelation oder ist es eine Kausalität? Also nur eine Kausalität ohne Korrelation. Denn es kann zum Beispiel sein, dass wir, das gab es tatsächlich übrigens, dass wir eine Mehrheit an Abwanderungen in einem wärmeren Land von Männern in ihren 40ern mit einer bestimmten Automarke sehen. Das heißt, Männer, die zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, welche Automarke es war, zum Beispiel Mercedes fahren und in ihren 40ern sind, die haben eine höhere prozentuale Chance, aus dem Land auszuwandern, wenn sie im Süden wohnen zum Beispiel. Dass das wirklich zusammenhängt, ist allerdings eine andere Geschichte. Das heißt, ich würde hier vielleicht nicht vermuten, dass diese drei Dinge zusammenhängen. Wenn ich die Daten gespeichert habe und das alles als Datensatz gemacht habe, dann muss ich mich natürlich fragen, macht das tatsächlich Sinn? Ist das wirklich jetzt sinnvoll, sowas zu haben? Und die Frage muss immer lauten, möchte ich das wirklich für die Zukunft speichern oder kann ich mir das eigentlich sparen? Ja, kommt auf den Datensatz drauf an, aber man kann kein generelles Ja oder Nein geben, aber man muss es auf jeden Fall in Betracht ziehen, um Smart Data und nicht einfach nur Big Data zu haben. So, und der letzte Punkt ist der Value. Jetzt, wie unterscheidet sich der Sinn eines Datums von dem Wert, also Value, Wert zu Deutsch, eines Datums. Nun, der Wert ist tatsächlich der finanzielle Wert, den man aus einem Datum rausziehen kann. Und hier ist eine sehr interessante Strategie bekannt geworden. Ich habe heute einen Sprachfehler, sorry. Und zwar, wenn wir 5% der Daten nehmen, haben wir immer noch 95% des Benefits teilweise. Das bedeutet, wenn wir Geld sparen wollen, weil unsere Datensammlung einfach zu groß geworden ist und unsere Kosten dadurch einfach zu hoch geworden sind, dann kann man eigentlich 95% der Daten, wenn man die richtigen rausschmeißt, 95% der Daten loswerden, damit 95% der Daten einfach generell eliminieren. Das heißt, 95% weniger Speicherkosten eigentlich und Last auch. Und trotzdem hat man immer noch 95% von dem, was man davor hatte. Marketing oder was auch immer. Und das ist natürlich ein interessanter Punkt. Und hier ist auch etwas, was ich den Unternehmern mitgeben möchte. Wenn ich 5% meiner Daten nur noch speichere, dann wirkt das auf Kunden deutlich datenfreundlicher. Das heißt, man fühlt sich nicht komplett gläsern. Aber trotzdem 95% des Fortschritts, des Benefits sozusagen, habe aus diesen Daten raus. Das heißt, ich kann trotzdem noch effektiv den besten Content genießen für mich. Dazu muss ich nicht unbedingt wissen, wo ich jetzt bin. Dazu reicht YouTube jetzt als kleines Beispiel, zum Beispiel, wer ich bin. Also die persönlichen Informationen. Dazu muss YouTube nicht wissen, wo ich eigentlich bin. Also mein Standortwissen zum Beispiel. Aber das unterscheidet sich natürlich von Unternehmen zu Unternehmen. Und hier ist es natürlich dann auch irgendwie eine Kundensache, eine Kundenfreundlichkeitssache zu sagen, ich speichere so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig eben, um meine Projekte voranzubringen. Und wenn man das tut, dann wirkt das ziemlich kompetent, muss ich behaupten. Und ja, dementsprechend hoffe ich, dass wir uns auch noch im nächsten Video wiedersehen, wo es ein bisschen um die Datensparsamkeit auch gehen wird. Falls ihr sagt, ey Mensch, das ist genau mein Ding. Ich will in diesem Bereich auch wirklich arbeiten. Ich will wirklich was professionell damit tun. Dann schaut bei unserem heutigen Sponsor vorbei, und zwar Get in IT. Ich habe ja schon häufiger was mit Get in IT gemacht, und es freut mich, sie wieder hier begrüßen zu dürfen als Sponsor, denn es ist einfach ein wahnsinniger Mehrwert für euch vor allem. Und zwar, ihr könnt euch dort registrieren, und für euch kostet das überhaupt nichts, und anschließend euer Profil ausfüllen. Das bedeutet, ihr könnt hier eintragen, was ihr für Skills habt. Hier sehen wir schon, wie viel wir eigentlich schon gemeinsam gemacht haben. Hier können wir zum Beispiel jetzt noch Pandas eintragen. Das ist, wie gesagt, eine wichtige Bibliothek im Bereich zu Python, und können hier dann eben unser Profil vollständig ausfüllen. Also, welche Sprachkenntnisse haben wir, was für Perspektiven, Studium, Lebenslauf, Ausbildung, Praxiserfahrung und so weiter und so fort. Könnt ihr hier alles eintragen. Und das Tolle ist, ihr müsst nichts weiter tun. Ihr müsst einfach nur euer Profil aktiv stellen, also nicht pausieren, so wie ich das gemacht habe, und ihr könnt angeschrieben werden von einem Arbeitgeber, von einem von sehr vielen Arbeitgebern, die genauso jemanden suchen, wie ihr einer oder eine seid. Und das ist das Coole dabei. Euch kostet das überhaupt nichts. Das dürfen die Arbeitgeber dann bezahlen. Und ihr könnt so relativ problemlos einen Job finden, beziehungsweise ein Vorstellungsgespräch finden. Von den Leuten, die sich hier wirklich registriert haben, über meinen Rev-Link unten in der Beschreibung, die haben tatsächlich auch schon zu 80% eine Anfrage bekommen, eine Jobanfrage bekommen, sofern sie zumindest natürlich hier ihr Profil komplett ausgefüllt hatten. Und das freut mich wirklich sehr. Deswegen promote ich auch Get in IT so gerne. Und ja, in dem Sinne war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.